Wollen wir ohne Invis ganken? Ich denke ja. Die bewegt sich gerade nicht. Doch doch, hat sie sich. Wahrscheinlich ohne da haben wir Gifttränke und Kampftränke. Naja, bessere Chance rauszukommen. Dann mach ich gleich go. Dann go. Ich bin tot. Ich bin noch dein Leben. Von Bands oder was? Andere Gilde. War schon der Gang zu Greedy? Fucking unlucky. Der Gang war okay. Aber es ist halt eine andere Gilde. Ja, aber man sieht es ja dann. Man wären nicht die einzigen, die gegankt haben.